Da müssen wir rechnen. Ja, Football. Die sind alle dann so nieder hinterlegt? Ja, legendär. Ja, dann habe ich hier auch noch das Schwert. Was ich jetzt dazu gepackt habe. Ja, solche legendären Waffen würde ich gerne behalten. Jo. Oh, ich habe noch einen Spielkameraden. Wir sollten echt mal so eine Spieleabteilung machen. Achso. So ein Kinderzimmer. Ja. Ah ja, den Teleporter. Wo sollen wir den hinbauen? Nicht. Was? Ich weiß nicht. Oh mein, was? Der war ja noch mehr Teddybären. Terima hat uns wohl so arg. Ich glaub das war der Falsche. Und? Der ist vor der Falsche. Oh, das war der Fall, was? Jetzt muss man ein paar Waffen wieder verkaufen, die ich vorher aber noch ausprobieren will. Die Fretze. Okay. 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 Was kann ich davon denn alles weg? Okay. Ich kenne mich aber damit gar nicht aus. So eine Nano-Rap Bandage. Ja, das ist ein gutes Zeug. Gute Zeug. Ist er gut? Ja. Gute Heilung. Gute Heilung. Gute Heilung. Gute Heilung. Er ist bei der Park. Ich brauch erstmal zwei Upgrade Modul, dann krieg ich die noch bei mir aufm Schiff. Upgrade Modul 1 hab ich. Wo krieg ich die nochmal her? Die kann man auch noch finden, ne? Ah. Das ist schade. Ich hab welche auf meinem Schiff. Wenn du welche übrig hast, dann kannst du mir gerne eins geben. Darf ich mir eins nehmen? Tschüss. Alter! Was ist das denn? Du bleibst oben, du bleibst oben, du bleibst oben. Was ist das? Du bleibst oben. Was machst du da? Das war dann nochmal oben. Kann ich mir eins von dein Manipulator Modul nehmen? Äh, nicht Manipulator. Das Modul halt. Upgrade Modul. Ja. Alter, du hast 16 Stück. Wtf? 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 Wtf Loll? Wtf? Könnte größer sein. Boah, so gut kann ich gar nicht. Mein Piks ist schon kompensiert, weil ich bin gerade gestorben. Das heißt, wenn man runterfällt und dann leicht den Boden berührt. Nicht gut ist das. So, jetzt wieder nach Hause. Das ist ein bisschen verwirrend für mich. Aua. Natürlich ist es das. Von A nach B, von B nach C und von C nach A. Das ist schon wieder neu. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das kannst du sagen. Nein, ich sag das wohl auch. Aber... Keine Ahnung. Das ist halt so. Ach so. Das hat man... Ja, klar. Siehst du, jetzt muss man sich damit abfinden. So. Pinderpest. Nein. Äh. Hä? Hä? Warum kann ich da nicht durch mein eigenes Schiff da hinten durch? Hä? Warum geht denn das nicht? Ich habe jetzt mein Schiff erweitert. Jetzt ist da aber so eine Trennwand zwischen. Ja, mach die kaputt. Du kannst die abbauen. Ah. Das ist ganz krasse Technologie. WTF. Ähm. Da wollte ich kommen. Wie kostet nochmal so ein fahrbarer Untersatz? 10.000. Das weiß ich. 10.000, das weiß ich. 10.000, das weiß ich. 10.000, das ist bei mir wie viele Dinge kosten. Ich muss aber ja gerade meine Betal wieder ein bisschen leerer machen. Ah, mit Inventar. Jetzt kriege ich auch nochmal dran. Äh, was ist das? Scheiße, was wollte ich hier jetzt? Die Kiste wäre wieder Eis. Ah! Das ist voll. Fick mir Jesus. Was? Ja? Wie kommst du jetzt da? Keiner bin da. Ey, der Loll ist mein Part, ja. Was? Mein Spiel ist abgestürzt. Es ist einfach weg. Dann werde ich jetzt auch mal ganz kurz die Audioaufnahme beenden. Bis gleich. Aufnahme läuft wieder, Fraps ist da. Audi... Ja, City läuft. Okay, dann geht die Aufnahme weiter in 3, 2, 1. Warum zähle ich das eigentlich mit der Hand runter? Ich habe keine Facecam. Egal. Jo, da ist mir gerade ganz kurz die Aufnahme abgeschmiert. Aber ich hoffe jetzt ist alles noch da. Ähm. Das hat mich jetzt voll rausgebracht, was ich jetzt machen wollte. Achja. Ich wollte nach Hause. Ich bin nach Hause. Zuhause werde ich jetzt mein Geld kurz entpacken. Ähm. Neunzehn Uhr. Krass. so lol 19 uhr solch nicht gezogen jetzt fählst du hier rum hallo was ist denn hier? was ist das denn da für ein zauberstab? doppelt zauberstab ich habe doch gerade den schuh gezeiget du hörst mir nicht zu du wirst ja nicht auf den zauberstab gelachtet jetzt willst du so einen cruiser auf dir kaufen ne? nein natürlich willst du die er kaufen nein nein los mal aber welcher den roten? also fehlen siebenhundert hier komme ich jetzt an siebenhundert geld verkauf deine klammer verkaufen ist ne gute idee hm das liegt mir nicht wirklich viel was ich hier habe Ich höre was. Ach ja, ich sehe es. Ich höre was. Das Problem ist, ich muss dafür nach Hause. Ich habe dir gerade was zu essen gegeben. Oh. Danke. Ich muss aber so oder so nach Hause. Au. Ich muss mein Inventar mal ein bisschen leer räumen. Schmeiß den Kram für die Schienen und so weiter auch mal mit in die Elektro-Kistern an. Okay. Ja, hast du schon nichts gemacht, ne? Was? Hast du doch schon nichts gemacht. Hast du doch schon nichts gemacht. Ja, nur die Schienen noch nicht. Hast du ja... Wolltest du noch mal erwähnen, dass ich da komplett alles dazu gefolgt habe. Wolltest du noch mal erwähnen, dass ich da komplett alles dazu gefolgt habe. So. Dann kann ich jetzt hier auch wieder weg. Okay. Okay, Trinkl-Little-Star. Suche Tiere, die was droppen. Ja. 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 Zwei Mal habe ich jetzt einen gefunden. 3 bis 7. Ja, wenn wir überlegen, wie lange wir gebaut haben für Scheiß-Kühlschrank. Ja. Für alle. Ja, und jetzt findest du die mal eben so. Ich bin ein Dorf gefunden. Ich glaube, das sind die Lotte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte jetzt keinen falschen Alarm geben. Aber ich glaube, das sind die Lotte. Was für ein Fail. Ich glaube, die sind ein bisschen sauer. Ich hab nichts gemacht. Die sind aber... Du hast irgendwas gemacht und... Du hast doch irgendwas gemacht. Ich hab vielleicht ne Fackel ausgemacht. Ja. Als ob das reicht. Du Wichser, mach dir ne Fackel aus. Wir wollen doch alle handeln. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Das hat keiner gesehen. Kannst du gerade mal bei diesem Dorf bleiben? Ja, ich bin halt im Dorf noch ein bisschen weiter gegangen. Hauptsache wir klauen hier einfach wirklich alles in diesen Dörfern. Also ich nicht. Ich schon. Ich bin nämlich ein ehrbarer Bürger. Ich bin halt im Dorf. Ich bin halt im Dorf. Ich bin halt im Dorf.